Heute spielen wir die neue Season von Fall Guys und ich bin blind. Deadman wird mich aber steuern, weil ich die Maps absolut nicht kenne. Hey Leute, Alter, mit der neuen Map, das wird ja Horror, vor allem musst du sehr viel springen, glaube ich. Ich hoffe, da ist nicht so viel Delay drin. Ich höre schon was. Ja, ja, es geht auch nicht so gut. Wie heißt die Map, weißt du das? Ähm, Weltlauf im All. Weltlauf im All, okay. Nein, nein, Wetzlauf im All. Wetzlauf im All, alles klar. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie, das ist deine Aufgabe. Ja, das ist also ein Rennen, ja. Ja, das ist ein Rennen. Okay, jetzt geht er erstmal... Oh, scheiße, das ist mit Schräg. Ich halte einfach nach vorne, ja. Kann ich nach vorne halten? Ja, ich kann es nach vorne halten. Straight nach vorne. Nein, doch nicht nach vorne. Okay, erstmal nach vorne. Let's go. Nein, los, los, los. Ja, ja, los. Ja, ja. Erst ein bisschen mehr rechts, 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 mehr rechts. Mehr rechts. Jetzt noch ein bisschen. Weiter, weiter, weiter gerade. Nein, links, links, links. Links. Ist wieder links, 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 links. Mehr links, mehr links, mehr links. Ja, genau. Ja. Und jetzt kurz steh mal, steh mal, steh mal. Nein. Jetzt hüpfen, hüpfen, hüpfen. Jetzt etwas nach rechts. Nein. Verdammt. Dann geh nochmal nach vorne. Ähm, geh nach rechts. Mehr rechts, mehr rechts, mehr rechts, mehr rechts, viel mehr rechts. Ich sag mal, ja, mehr rechts, mehr rechts, mehr rechts, mehr rechts, mehr rechts. Jetzt, stopp, stopp. Du musst sofort stoppen. Ich weiß nicht, ist das ein Delay oder stoppst du instant. Nee, ich versuch's halt. Und jetzt lauf los und spring. Ah, schade, knapp. Nochmal. Lauf los und spring. Ja, und jetzt etwas rechts. Nein, zu weit gesprungen. Scheiße. Verdammt. Das wird ja noch lustig. Jetzt warte. Jetzt lauf los. Achso. Und spring. Nein. Ah, zu spät. Warte, okay. Nochmal, nochmal. Okay, warte. Lauf stehen. Ja. Jetzt lauf los. Drei, zwei, eins, spring. Ah, den Kopf gestoßen. Scheiße. Nochmal. Jetzt lauf los. Ja. Und spring. Nein. Nochmal. Nochmal, warte, ich muss besser teilen. Okay, warte, warte. Jetzt lauf los und spring. Nein, zu spät gesprungen. Oh, spring. Jetzt spring. Ah, ah. Okay, nochmal. Kannst du mir beschreiben, was da ist? Ja, das sind solche Plattformen, die immer nach oben und nach unten gehen. Und wenn du daneben springst, ist da eine Lücke. Also, du musst drauf landen. Das ist halt schwierig. Weil das ist mit Schwerkraft. Schwerkraft ist recht schwierig, finde ich. Okay, okay. Ja, ich glaube, wir schaffen es diese Runde nicht. Ja, rechts. Ich habe einfach eben, als du rechts lange, ich dachte, ich drehe mich im Kreis die ganze Zeit. So viel rechts war das. Oh, ist das schwierig. Kostensche Autobahn. Was Neues, okay. Was Neues, richtig crazy. Junge, als ob wir da durchkommen. Wir sind irgendwie im Trupp. Das ist gut. Was musst du machen? Nach vorne, nach vorne. Ein bisschen nach links. Ein bisschen nach links. Nach vorne, nach vorne. Und jetzt nach rechts. Und gerade, gerade, gerade. Nein, schade. Okay, man muss da springen. So, okay. Nach rechts, nach rechts. Und springen. Ja, und nochmal springen. Springen nach. Ah, ja, okay. Warte, warte. Jetzt nach links. Komplett nach links. Jetzt springen. 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 Hey, springen. Ja. Und jetzt nochmal. Nein. Ah, nein. Du musst die Kamera mitbewegen. Kacke. Ja. Gibt es nicht eine Funktion, wo man die Kamera einrastet? Ich glaube nicht. Okay, dann musst du nach hinten. Und jetzt gerade. Und springen. Ah, schade. Egal. Macht nichts. Jetzt gerade. Und springen. Und springen. Hey, springen. Ah, schade. Okay, nochmal. Gerade, gerade. Springen. Und springen gleich nochmal. Ja, und nochmal. Ja, sehr gut. Stopp, stopp, stopp. Nein. Was war da? Da waren Platten. Die bewegen sich die ganze Zeit. Okay. Ähm, jetzt gerade laufen. Und springen. Nice. Ah, schade. Okay, nochmal. Boah, ist das echt schwierig. Geradeaus. Springen. Stopp. Geradeaus. Springen. Stopp. Ah, schade. Mist. Hast du nicht gemacht. Ja. Nochmal, nochmal, nochmal. Geradeaus. Springen. Stopp. Nein, zu spät gestoppt. Ich habe einfach losgelassen. Also, keine Ahnung. Geradeaus. Springen. Stopp. Äh, geradeaus. Springen. Ah, schade. Springen. Stopp. Und springen instantly gleich. Warte, noch nicht. Jetzt. Und machen wir echt rum. Ja, ja. Und nein. Du bist weitergelaufen. Hä? Warum bist du weitergelaufen? Ja, mir doch nichts gesagt. Ja, stimmt. Ich muss die ganze Zeit. Äh, okay. Ich muss die ganze Zeit. Boah, ist das schwierig. Springen. Ah, schade. Ah, warte. Ja, ah, okay. Springen. Ja. Los. Springen. Stopp. Ja, okay. Macht noch eine Hechtung. Warte noch nicht. Jetzt geradeaus. Springen. Ah, schade. Mist, ich bin gesprungen. Boah, das ist echt schwer. Vor allem die Map. Du weißt gar nicht, wie viele Lücken das sind. Ich bin bereit. Du musst mir beschreiben, was da kommt vielleicht. Ja, okay. Ich beschreibe dir es kurz. Damit ich es auch vielleicht im Kopf im Bild habe. so. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Stimmt. Ich beschreibe es dir kurz und dann sage ich, wie du laufen sollst und so. Ja. Ja. Das ist gut. Weil ich denke mir so, was ist da eigentlich? Ja, schu. Äh, Hechtung. Nach vorne. Ach, schade. Schade. Aber wir sind trotzdem weitergekommen. Yeah, ich bin richtig gut. Was? Frenetische Fabrik. Was? Frenetische? Fren. Fren. Ne. Das steht da. Kann der lesen, Leute. Da müssen die leuchtenden Tasten die Punkte drücken. Okay, nach vorne. Ja. Und springen. Ach, Digga. Passt. Ne, passt. Okay, nach vorne. Ja. Und springen. Okay. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Geil. Okay, geh nach links. Oder, nein, ich habe eine Idee. Du läufst jetzt die ganze Zeit herum und ich sage immer, wenn du springen sollst. Okay. Let's go. Immer ein bisschen bewegen. Ja, das ist leider zu Ende. Was passiert? Ja, ausgeschieden. Nein. Aber ich habe das Spiel auch nicht verstanden. Oh. Ich glaube, wir müssten eventuell die Modis einfach mal spielen, damit du auch den Flow hast und du weißt, was da überhaupt passiert, oder? Wenn ihr sehen wollt, wie ich spiele, wenn ich viel trainiert habe, dann lasst jetzt ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Knipser ist raus. Wir sehen uns dann.